Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Canal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Ferrero Mon Chery 1,95 Euro. 500 Gramm Dallmeyer Kaffee Prodomo 5,49 Euro. 10 Stück Capri Sun 3,33 Euro. 100 Gramm Mühlenhof Delikatesse Leberwurst 99 Cent. 3 Stern Schweinebraten 3,49 Euro. 150 Gramm Windaumett 1,79 Euro. 800 Gramm Meisterjagdwurst 3,99 Euro. 500 Gramm Schweinegeschnetzeltes 2,99 Euro. 800 Gramm Schweineminutensteaks 5,99 Euro. 800 Gramm Hähnchenmedaillons 6,99 Euro. Putenoberschenkel Kilogramm 3,99 Euro. 125 Gramm Heidelbeeren 1,00 Euro. 250 Gramm BioCherry Roma Tomaten 1,00 Euro. 2 Stück BioRomana Salatherzen 1,00 Euro. Hornfeilchen 4,99 Euro. 500 Gramm Pflaumen 1,69 Euro. 1 Stück grüne Kiwi 29 Cent. 2 Kilogramm Karotten 1,59 Euro. 300 Gramm Pak Choi 1,29 Euro. Beerenmarke Frische Milch 1,19 Euro. Penny Naturjoghurt 65 Cent. Dr. Oetker Sahne Pudding oder Grütze 1,99 Euro. Danone Activia 3,33 Euro. Milram Reibekäse Auflaufliebe 1,59 Euro. Bergader Käsescheiben 1,69 Euro. Pop Brot Aufstrich 1,29 Euro. Nordsee Matthies Filets 3,99 Euro. Ritter Sport Schokolade 1,99 Euro. Schulte Breaks 1,99 Euro. Kio Readymade Popcorn 99 Cent. Rauch Evil Juice 1,29 Euro. Sinalco 69 Cent. Dallmeier Kaffeepads 1,69 Euro. Nestlitz Schere Alien 2,49 Euro. 500 Gramm Langnäscher Honig 3,99 Euro. 2 Liter Pfanne Eistee 1,29 Euro. Lenor Weichspüler 2,99 Euro. Ferry Max Power 2,19 Euro. Panthene Pro VH Maske oder Shampoo 4,89 Euro. Always Dailies Gigapack 3,29 Euro. 6 x 500 Milliliter Bitburger Premium Pilz 3,95 Euro. Wildtiner Goldkrone 4,49 Euro. Listerine Mundspülung 3,99 Euro. Per Woll Waschmittel 9,99 Euro. Heinrichsthaler oder Elbländer Käsescheiben 1,79 Euro. Eberswalder Bockwurst 4,99 Euro. Femek Plattfisch 3,79 Euro. Keunecke Fertiggericht 2,99 Euro. 500 Gramm Pflaumen 1,69 Euro. Philadelphia Frischkäse Ableitung 99 Cent. Butchers Pulled Chicken 3,49 Euro. Berieder Alaska Seelachsfilet 3,79 Euro. 160 Gramm Ferrero Mon Cherie 1,95 Euro. Taste of Asia Mee Nudeln 69 Cent. Bäcker Krönung Pizza Margherita 75 Cent. Penny Apfelschorle 30 Cent. Fünf Paar Sneaker Socken 6,99 Euro. Acht Stück Stork Knoppers 1,35 Euro. 1500 Gramm Saft Orangen 1,79 Euro. Penny Schmand 69 Cent. Tefal Opti Grill 99,99 Euro. Braun Toaster 19,99 Euro. Braun Wasserkocher 19,99 Euro. Braun Kaffeemaschine 29,99 Euro. Grundig Heißluft Fritteuse 59,99 Euro. Mebus Funkwetterstation 9,99 Euro. Tefal Pfanne Healthy Chef 27,99 Euro. Frischhalteglas 6,99 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.